Willkommen bei der Stefan Just Diamant- und Abrichttechnik GmbH & CoKG. Wir stellen an unserem Standort in Celle präzise und hochwertige Diamantwerkzeuge und Abrichtrollen für exakte Schleifprozesse her. Unsere weltweit tätigen Kunden kommen etwa aus der Fahrzeugbranche, dem Getriebebau sowie der Elektro- und Werkzeugindustrie. Jeder einzelne Auftrag wird von uns individuell und präzise ausgeführt. Unsere erstklassigen Werkzeuge sorgen für lange Standzeiten sowie Profilgenauigkeiten und stehen für besonders hohe Produktqualität und Präzision. Unter anderem fertigen wir bei uns Formrollen, gesinterte Profilrollen, infiltrierte Werkzeuge und übernehmen Instandsetzungen aller Art. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!